Genau, mein Highlight war auf jeden Fall die Street Show. Ja, also fand ich auch geil. Ich fand es schon geil, dass so viele Leute tatsächlich zugucken gekommen sind, obwohl es ja irgendwie nicht groß angekündigt war. Und wie war es für dich? Du hast selbst gesagt, du hast nicht so die riesen Französisch-Kenntnisse. Hat die Verständigung trotzdem geklappt? Die Verständigung hat voll geklappt, ehrlich, kannst du laut sagen. Also ich habe da echt wirklich mit Händen und Füßen gearbeitet. Sogar auch, ja, meine Kenntnisse habe ich auch ein bisschen so rausspringen lassen. Wie war so für dich? Hat dir die Sprachanimation was gebracht dafür, für die Verständigung? Boah, schon einiges. Also ich konnte da echt viel daraus entnehmen und auch, ja, man lernt immer dazu im Leben. Halt nicht nur jetzt in der Sprache, sondern allgemein. Also go for it, immer annehmen, was geht und dazulernen. Was ich halt geil fand, ist, man hat auf jeden Fall gesehen, so Tanz als universelle Sprache. Man braucht halt auch nicht immer die letzte detaillierte Verständigung auf Sprachenebene, sondern man kann sich auch einfach über Gesten verständigen. Wenn man eine gemeinsame Leidenschaft hat, dann kommt man auch, wenn man Lust hat, mit dem anderen in Kontakt zu kommen, auch darüber in Kontakt und kann trotzdem was Geiles auf die Beine stellen, ohne jetzt jedes Detail verstehen zu können. Also, mein Gefühl ist, war schon sehr cool, dass ich hierher gekommen bin. Die Möglichkeit, hier in Deutschland zu kommen, ist schon eine sehr große Möglichkeit. Und die Echanges culturels, die Aktivitäten, die wir gemacht haben, zum Beispiel der Rallye-Photo, die uns geholfen hat, die die Lille, die wichtigste Stadt sind, und der Museum, die die deutsche Kultur und die Kultur der Stadt, die Kultur der Stadt, und es war interessant, zu erleben, eine andere Kultur zu erleben. Mein starker Moment war, ich habe nicht einen besonderen Moment, aber es war das Gespräch und das Gespräch, mit anderen Leuten zu sprechen, mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Kultur zu spüren, mit einem anderen Moment zu spüren. Und ich würde sagen, dass ich eher das Leben zusammengefasst habe. Die Woche hat sich sehr gut gemacht, in generell. Ich denke, dass alle Zeiten, die uns wie die anderen waren, war sehr wichtig und wichtig. Für mich, dass ich meine Jungs oder ich bin, haben wir viel Spaß gemacht. Malheureusement, mit der Covid-19, wir mussten alles mitzunehmen. Ich denke, dass wir die Einladung des Projekten haben. Ich denke, dass wir die Einladung des Projekten haben. Ich denke, dass wir die Einladung des Jungs wiederholfen. Es gibt viele Menschen, die sich in Deutschland wiederholfen. Ich denke, dass sie noch immer wieder zurückkommen. Weil sie nicht mehr Sachen haben, die sie nicht in der Schweiz sehen können. Vielen Dank.